Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu Mustermatt. Heute geht es um logische oder neudeutsche Probleme und die Begriffe, die man in dem Zusammenhang kennen sollte. Konkret um die Begriffe Hauptplan, Vorplan, Probespiel und Zweckreinheit. Zur logischen oder neudeutschen Schule habe ich schon Videos gemacht, insbesondere die Folgen 7 und 8. Die Links zu diesen Folgen findet ihr unten in der Videobeschreibung und es gibt auch schon eine Playlist mit entsprechenden Videos. Die Begriffe Hauptplan und Vorplan hatte ich da schon mal erklärt. Den Begriff Probespiel habe ich immer mal wieder verwendet, aber nie gesagt, was das eigentlich ist. Und soweit ich mich erinnere, war bei Mustermatt von Zweckreinheit noch nie die Rede. Kleiner Disclaimer vorab, zu all diesen Begriffen gibt es lange Artikel, ja ganze Bücher, zum Beispiel den Klassiker Logik und Zweckreinheit im neudeutschen Schachproblem von Walter von Holzhausen. Diese ganzen Schriften kann ein einzelnes Video natürlich nicht ersetzen, ich werde also nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Das fängt schon damit an, dass ich logisch und neudeutsch gleichsetzen werde, wie das die meisten deutschen Problemfreunde tun. Im Ausland wird der Begriff neudeutsch, glaube ich, überhaupt nicht verwendet. Es gibt aber durchaus Problemtheoretiker, die Wert darauf legen, dass logisch und neudeutsch nicht exakt dasselbe ist. Dieses Fass werde ich aber nicht aufmachen. Also sehen wir uns doch mal ein konkretes Problem an, und zwar eines, das die elementarste Gedankenstruktur hat, die ein logisches Problem haben kann. Weiß möchte ein bestimmtes Manöver spielen, das zum schwarzen Matt führt. Das ist der sogenannte Hauptplan. Der scheitert aber zunächst noch an irgendeinem Hindernis, womöglich auch an mehreren Hindernissen. Deshalb muss Weiß zunächst ein anderes Manöver spielen. Den Vorplan und dessen einziger Zweck ist es, dieses Hindernis zu beseitigen. In unserem Fall ist der Hauptplan Dame D6. Es droht Dame C7 Matt. Und wenn der König jetzt flüchtet, König B7, dann verfolgen wir den. Dame C7 Schach, König A6. Und jetzt würden wir gerne mit Dame A7 Matt setzen. Aber das scheitert daran, dass der schwarze König nach B5 kann. Das ist das Hindernis. Wir müssen also mit einem Vorplan dafür sorgen, dass dieses Feld entweder von Weiß gedeckt wird oder von einer schwarzen Figur geblockt. Und unser Vorplan, der sieht so aus. König G8. Es droht. Dame B6, wieder mit der Drohung Dame C7 Matt. Jetzt wird der schwarze König natürlich nach rechts Flüchten König D7. Aber nach König F7 hat schwarz keine Verteidigung mehr gegen das Matt Dame C7. Das einzige, was schwarz gegen die Vorplandrohung unternehmen kann, ist der Zug Läufer B5. Und damit sind wir schon am Ziel, denn jetzt geht natürlich Dame D6, König B7, Dame C7 Schach, König A6. Und jetzt ist Dame A7 Matt. Was ein Hauptplan und ein Vorplan ist, das ist glaube ich nicht schwer zu verstehen. Was ist jetzt das Probespiel? Das Probespiel, das ist diese Zugfolge. Dame D6, König B7, Dame C7 Schach, König A6, Dame A7 Schach und König B5. Das heißt, das Probespiel ist das gleiche wie der Hauptplan, wenn man ihn ohne Vorplan direkt spielt. Ein Probespiel führt also niemals zum Erfolg, muss uns aber ganz eindeutig zeigen, worin das Hindernis besteht, an dem der Hauptplan scheitert. Der vierte Begriff des heutigen Videos ist nun allerdings ein bisschen komplizierter. Bei einem neudeutsch-logischen Schachproblem verlange ich von dem Vorplan, dass er zweckrein ist. Das Wort Rein ist uns schon mal begegnet im Zusammenhang mit dem Matt. Wenn in dieser Stellung Weiß spielt Dame D2, dann haben wir ein reines Matt auf dem Brett und das könnte man ja so definieren. Auf die Frage, warum der Schwarze König die Fluchtfelder um sich herum alle nicht betreten kann, gibt es für jedes einzelne Feld immer nur eine einzige Antwort. Wenn die Weiße Dame zum Beispiel nach C5 zieht, dann ist das zwar genauso matt, aber das ist eben kein reines Matt, denn für die Felder C4, C6 und E5 gibt es jetzt jeweils zwei Gründe, warum der Schwarze König da nicht hin kann. Auf die Zweckreinheit übertragen bedeutet das, der Vorplan darf nur den einen Zweck haben, das Hindernis zu beseitigen, das uns das Probespiel offenbart hat. Das scheint hier in unserem Vierzüger ja offensichtlich der Fall zu sein, denn der Weiße König ist da im Nordosten so weit weg vom Geschehen des Hauptplans, dass er ja ganz bestimmt keinen Einfluss darauf haben kann. Ganz so einfach ist die Sache aber nicht. Zumindest einen anderen Zweck erfüllt der Zug König G8 ja auf jeden Fall noch. Er sorgt dafür, dass Weiß seiner Zugpflicht nachkommt. Das klingt jetzt vielleicht nach Haarspalterei, aber tatsächlich haben die Theoretiker des Problemschachs schon relativ früh damit angefangen, den Begriff Zweckreinheit zu modifizieren. Es gibt absolute Zweckreinheit und relative und irgendwann hat Stefan Schneider noch den Begriff der Zweckökonomie ins Spiel gebracht. Zweckreinheit spielt nicht nur im direkten Mattproblem eine Rolle, sondern auch in anderen Genres, zum Beispiel im Hilfsmatt. Ich möchte euch jetzt drei Hilfsmatts zeigen und ich denke, aus diesen drei Beispielen geht ganz gut hervor, was es mit der Zweckreinheit auf sich hat. Hilfsmatt Nummer eins und bei diesem Problem bräuchte Weiß von seinen drei Zügen eigentlich nur einen einzigen zum Matt setzen. Spielen wir doch mal König D7, Weiß zieht nichts, Läufer D8, Weiß zieht immer noch nicht, König C7 und Turm A7 ist matt. Das Problem dabei natürlich nur, im zweiten Zug gibt Schwarz ja ein Schach und der weiße König hat kein Feld, wo er hinziehen kann. Deshalb geht die Lösung so, König D7, jetzt Läufer F1, Läufer D8 Schach, Läufer C4, König C7, Turm A7 matt. Und dieses zweizügige Manöver mit dem weißen Läufer, das ist absolut Zweckrein. Es hat nur den Zweck, das Schach zu parieren im zweiten schwarzen Zug. Mit dem Matt hat der weiße Läufer ja gar nichts zu tun. Wenn wir die Stellung um 180 Grad drehen, dann kommt natürlich genau das Gleiche. Wenn weiß das Schachgebot ignorieren könnte im zweiten Zug, dann ging es so, König D3, Bauer C3, König C4 und Läufer A6 matt. Aber natürlich muss weiß gegen das Schachgebot im zweiten Zug Vorsorge treffen. Und deshalb zieht er Zweckrein, diesmal mit seinem Turm. Turm H6, C3, Turm E6, König C4 und Läufer A6 matt. Das zweite Hilfsmatt und auch hier werden wir sehen, der weiße König hat zu wenig Fluchtfelder. Eins der beiden Matts, die wir erspielen wollen, sieht ungefähr so aus. Und überlegen wir mal, was muss weiß hier gezogen haben? Der Springer C5 muss dieses Feld im ersten Zug verlassen haben, damit der schwarze König nach A4 kann. Und im letzten Zug ist er dann zurückgekehrt mit Matt. Was macht weiß aber mit seinem zweiten Zug? Da gibt es nur eine Möglichkeit. Er muss einen Tempozug mit seinem König gemacht haben. Und wenn wir uns die Ausgangstellung ansehen, dann sehen wir, das ist gar nicht so einfach. Denn es gibt kein Feld, das der weiße König betreten kann. Deshalb geht die Lösung nur so. Läufer C6, Springer E4, König A4, König G2, Läufer B5 und Springer C5 matt. Was ist da am Anfang passiert? Der schwarze Läufer zieht hier kritisch über das Feld E4, damit dieses Feld dann vom weißen Springer besetzt werden kann und der weiße König anschließend nach G2 kann. Das ist auf jeden Fall ein schönes Manöver. Dieser kritische Zug, dieses ganze kritische Manöver, hat allerdings einen Pferdefuß. Denn wenn wir uns mal vorstellen, der weiße König stünde nicht auf F2, sondern zum Beispiel auf F6. Was würde das für die Lösung bedeuten? Dann könnte weiß in seinem ersten Zug mit dem Springer irgendwo hinziehen und im zweiten Zug mit seinem König irgendwo hin. Für schwarz würde sich aber gar nichts ändern. Schwarz müsste exakt die gleichen Züge ausführen, denn am Ende im Matt-Bild wird der schwarze Läufer ja auf B5 gebraucht, weil er das Feld blocken muss und nach B5 kommt er in zwei Zügen nur über das Feld C6. Die kritische Wirkung dieses Zuges ist also gar nicht nötig, um diesen Zug zu definieren. Und das heißt, das kritische Manöver ist nicht zweckrein. Und wenn man das einmal gesehen hat, dann trübt das den Gesamteindruck der Aufgabe doch ganz erheblich. Und das Gleiche gilt auch für die zweite Lösung. Die beginnt mit Turm B3. Der Turm zieht kritisch über das Feld E3. Das wird vom Springer besetzt. Dadurch kann der König jetzt nach G3. Und es folgt Turm B5. Springer C4 Matt. Aber genau die gleiche Geschichte. Der schwarze Turm hatte nur eine einzige Möglichkeit nach B5 zu kommen, wo er ja blocken muss. Und zwar über das Feld B3. Auch hier wieder. Das kritische Manöver ist eigentlich gar nicht nötig für die schwarzen Züge. Es ist nicht zweckrein. Einer, den das auf jeden Fall gestört hat, ist Thomas Mäder. Denn der hat versucht, es besser zu machen. Fangen wir direkt mit der Lösung an. Turm G5 geht es los. Springer F5. Der Springer verstellt die Wirkungslinie des Turms. König schlägt G8. Der weiße König nach B5. Turm G7. Und der Springer kehrt zurück auf das Feld H6 mit Matt. Ist das nicht genau dasselbe, was wir gerade gesehen haben? Nein, ist es nicht. Auch hier muss der schwarze Turm ja in zwei Zügen nach G7. Und er zieht über das Feld G5. Der Unterschied ist aber, bei dieser Aufgabe hätte er eine Alternative. Er könnte ja auch über B7 nach G7 ziehen. Der Unterschied, der einzige Unterschied ist, dass er dann nicht verstellt werden könnte. B7 wäre kein kritischer Zug. Und dem weißen König würden die Züge ausgehen. Das nennt man relativ zweckrein. Und genau das Gleiche sehen wir in Stellung B. Hier geht es darum, dass der schwarze Läufer A3 am Ende auf G7 stehen muss. Er hat zwei verschiedene Routen zur Auswahl. Er kann über F8 ziehen und über C1. Richtig ist aber nur der Weg über F8, weil er auf diesem Feld jetzt vom Springer verstellt werden kann. Springer E7. König schlägt H6. Jetzt hat der weiße König das Feld A3. Und es folgt Läufer G7. Springer G8. Matt. Und auch das war ein relativ zweckreines, kritisches Manöver. Die meisten Problemfreunde werden dieser Fassung gegenüber der anderen den Vorzug geben. Dieses Problem ist besser und auch schöner. Denn Zweckreinheit, das ist tatsächlich ein ästhetisches Kriterium im Problemschach. So, jetzt sehen wir uns zum Schluss noch einen orthodoxen Mehrzüge an. Ein Matt in 7. Und auch da wird es um die Frage gehen, ist das, was wir in den ersten Zügen sehen, Zweckrein oder nicht? Also ein Matt in 7. Und hier gibt es tatsächlich ein Probespiel. Das sieht so aus. Bauer E6 Schach. König F6. Und Läufer G7 Matt. Das scheitert aber direkt an zwei Hindernissen. Erstens ist das kein Matt. Der schwarze König kann ja nach F5. Und das zweite Hindernis ist vielleicht noch offensichtlicher. Der weiße Bauer kann natürlich nicht nach E6. Solange da ein schwarzer Bauer steht, den müssten wir erstmal irgendwie loswerden. Die Lösung beginnt mit Bauer F5. Es droht sowohl Bauer schlägt E6 Matt als auch Bauer schlägt G6 Matt. Schwarz muss den weißen Bauern schlagen. Natürlich nicht mit dem E-Bauern. Sonst können wir schon unseren Hauptplan in die Tat umsetzen. Er nimmt den anderen. G schlägt F5. Und damit ist schon ein Hindernis beseitigt. Das Wert F5 wird der schwarze König nicht mehr betreten können. Jetzt zum zweiten Hindernis. Läufer D5. Es droht. Läufer schlägt E6 Matt. Wenn der schwarze Bauer den Läufer schlägt, dann folgt unser Hauptplan. Deshalb besser erstmal Läufer B3. Läufer F3 droht Läufer H5 Matt. Der schwarze Läufer zieht zurück. Jetzt unterbricht der Springer die Wirkungslinie des Läufers. Es droht wieder Läufer H5. Schwarz muss schlagen mit dem Läufer. Und weiß kann zurück nach D5. Der schwarze Läufer kann nicht mehr eingreifen. Es bleibt nur noch E schlägt D5. Und jetzt kommt natürlich E6 Schach. König F6. Läufer G7 Matt. Ist das jetzt ein neudeutsch-logisches Problem? Dann müsste das alles zweckreihen abgelaufen sein. Und das ist nicht der Fall. Sehen wir uns noch mal den ersten Zug an. Bauer F5. Warum hat weiß das gezogen? Natürlich um den schwarzen G-Bauer nach F5 zu lenken. So was nennt man eine Hinlenkung? Dieser Zug hat aber einen zweiten Effekt. Er war natürlich auch eine Weglenkung. Der schwarze Bauer steht ja jetzt nicht mehr auf G6. Das ist unvermeidlich. Und wenn das für die Lösung keine Rolle spielen würde, dann wäre es auch egal. Es spielt aber eine Rolle. Denn wenn wir mal weiter spielen. Im dritten Zug hat weiß gespielt Läufer F3. Um die Drohung aufzustellen. Läufer H5 Matt. Wenn der schwarze Bauer noch auf G6 stehen würde, dann würde weiß hier überhaupt nichts drohen. Das heißt, der Zweck des ersten weißen Zuges war nicht nur das Feld F5 geblockt zu kriegen, sondern auch den zweiten Vorplan überhaupt spielbar zu machen. Und damit war das Manöver nicht zweckrein. Um das klarzustellen. Das heißt natürlich in keinster Weise, dass das ein schlechtes Problem ist. Mir gefällt die Aufgabe sogar sehr gut. Aber sie ist eben nicht neudeutsch-logisch. Das war der Cliffhanger vom letzten Mal. Die erste Lösung. Läufer A8. Läufer B1. A schlägt B1 Turm. Springer D4. Turm B7. Und Springer C6 Matt. Und die zweite Lösung. König A8. Springer G1. H schlägt G1 Läufer. König C7. Läufer A7. Läufer schlägt B7 Matt. Das ist der neue Cliffhanger. Auflösung natürlich nächsten Freitag. Außerdem geht es nächste Woche mal wieder um Märchenschach, nämlich um eine neue Variante aus der großen Zirze-Familie. Wenn euch das Video heute gefallen hat, wie immer freue ich mich über Likes, über Kommentare und über neue Abonnenten. Und damit sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.